Ich hasse! Da fack ich mich! Ich warte seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten warte ich auf den Einfall, wie ich meine Weihnachtsgeschenke nachhaltig verpacken kann, ohne immer dieses Papier und Plastik zu verbrauchen und mir ist nie was eingefallen, aber heute war ich hier bei den netten Leuten am Stand und ja, super! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!